Herzlich Willkommen zum neuen Video auf Deutschlands beliebtesten Kanal nicht. Wie ich schon in meinem letzten Video erwähnt hatte, ist nicht nur ein schlechter oder negativer Brief bei mir angekommen, sondern ist bei meiner Freundin auch ein positiver oder witziger Brief angekommen, über den ich sehr schmunzeln musste. Und wie ich ja auch schon im letzten Video gesagt habe, werde ich heute darüber ein bisschen reden. Ich werde diese Geschichte nicht detailliert erzählen. Ich hoffe, ihr versteht das. Bevor ich diesen Brief vorlesen muss, ich euch erstmal so die Vorgeschichte davon erzählen, damit ihr das Ganze versteht. Eines Abends hatten meine Freundin und ich einen kleinen Unfall, bei dem ich sie ein wenig verletzt habe. Viele von euch können sich jetzt schon vorstellen, worum es geht. Ich werde es nicht sagen. Lasst einfach eure Gedanken ein wenig spielen, schweifen oder sonst was. Nun ja, auf jeden Fall war diese Verletzung relativ enorm, sodass ich mit meiner Freundin ins Krankenhaus fahren musste und sie dort behandeln lassen habe. Nachdem wir dann einige Stunden dort verbracht haben und vom Krankenhaus A, wo wir erstmal komplett falsch waren, zu einem anderen Standort B fahren mussten, wo es dann doch richtig war, verging dann schon einiges an Zeit so. Und nachdem sie dann fertig mit der Behandlung war und ich einige Schocksituationen erlebt hatte, da sie in dem Raum war, ich durfte nicht mit und ich draußen die ganze Zeit irgendwelches Geschirr, in Anführungsstrichen, es hat sich angehört wie so, wenn jemand eine Kettensäge wegwirft oder sonst was, gehört habe und mir dann natürlich auch sehr starke Gedanken und Schuldgefühle zugewiesen habe, haben wir dann Glück erfüllt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise doch relativ positiv das Krankenhaus verlassen, so, dass kein schwerer Eingriff jetzt erfolgen musste und sie nicht irgendwie großartige Schäden weiterhin hat. Nun ja, jetzt vor zwei, drei, vier Tagen kam dann ein Brief an sie an, welcher dann uns doch schon beide zum Schmunzeln gebracht hatte. Wie beim letzten Mal hier auch wieder die Sachen zensiert. Diagnose, Prellung der äußeren Genitalorgane. Viele werden sich's gedacht haben, ja, ich sag dazu nichts, ich lese einfach mal weiter. Sehr geehrte Frau, wir benötigen Ihre Unterstützung. Es wurden mit uns Behandlungskosten abgerechnet, die vermutlich auf einen Unfall oder eine Verletzung zurückzuführen sind. In diesem Fall sind wir verpflichtet, die Kosten gegebenenfalls beim Verursacher oder dessen Versicherung geltend zu machen. Da dachte ich mir auch schon so, okay, was wollen die jetzt von mir? Wir bitten Sie daher, den beigefügten Unfallfragebogen innerhalb von 14 Tagen auszufüllen und an uns zurückzusenden, auch wenn es sich um eine Erkrankung handelt oder Sie keinen Unfall vermuten. War ja in Anführungsstrichen ein Unfall. Bitte beachten Sie, dass auch bei selbstverschuldeten Unfällen oder Verletzungen Ansprüche gegenüber einer Versicherung bestehen können. Dies hat weder Nachteile für Sie noch für andere Beteiligte. Für die Rücksendung des Unfallfragebogens nutzen Sie bla bla bla, da ist dann ein Formular dabei. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. Am Anfang dachte ich mir erst mal so, okay, uns beiden ist sozusagen ein Unfall passiert und ich soll dafür zahlen. So, obwohl das uns beiden passiert ist. Verstehe ich. Da wir beide diesen Unfall hatten und demnach müssten beide Versicherungen zahlen. Versteht ihr? Ich nämlich nicht. Nun ja, ich habe mir diesen Fragebogen dann mal angeschaut gehabt und musste noch mehr schmunzeln. Denn auf diesem Formular stehen solche Fragen wie, bei welcher Gelegenheit haben Sie sich verletzt? Arbeitsunfall, Wegeunfall, Schulunfall. Man weiß ja nicht, was heutzutage so in der Schule da abgeht, ne? Pflegeunfall, ja, könnte auch irgendwie zutreffen. Ehrenamtliche Tänklichkeit, das wär's doch mal. Private, un- oder entgeltliche Tätigkeit für andere. Ah, könnte zum Teil zutreffen. Sportunfall, ja, könnte man so nennen. Verletzungen durch Tiere, nein, das wäre eh klar. Verkehrsunfall, da habe ich dann auch erst mal nicht weitergelesen und habe dann überlegt, wie sie das denn verstehen könnten. Aber sie meinten eigentlich nur den Fahrrad, Verkehrsunfall, den Autoverkehrsunfall oder sonstiges. Opfer einer Gewalttat, also eine Gewalteinwirkung war ja irgendwo da, weil sonst wäre es ja nicht zu einer Verletzung gekommen, so wie es ja bei jeder Verletzung ist, aber nein. Unfall durch Eis oder Schneeglätte. Das würde auf jeden Fall die Diagnose begründen, sagen wir es mal so. Unfall auf einer Treppe, einem Gehweg, einem Grundstück oder in einem Gebäude. Oder natürlich sonstige Erkrankungen oder Ursachen, die sie jetzt mal nicht berücksichtigt werden. Also ich fand dieses Schreiben von der Versicherung sehr amüsant, sagen wir es mal so. Und sehr nett, dass sie auch nachgefragt haben, wer denn der Unfallverursacher ist. Und auch zeigen damit, dass sie sich für ihre Menschen, die bei ihnen versichert sind, kümmern möchten. Aber eine Frage fand ich am witzigsten und das war die, schildern Sie bitte ausführlich den Hergang sowie die Ursache der Erkrankung oder Verletzung. Und da habe ich mir dann doch schon mal ans Hirn fassen müssen. Es tut mir leid, liebe Versicherung, aber wir werden weder Auskunft darüber geben, wie das Ganze passiert ist, denn das haben wir im Krankenhaus schon gemacht, noch werden wir irgendeine detaillierte Beschreibung davon raushauen. Was erwartet ihr bei einer Prellung der äußeren Genitalorgane, dass ich euch absolut jede Sekunde dieses Vorfalls schildere? Damit ihr die kompletten Kosten bei meiner Versicherung abbucht, für die wir beide verantwortlich waren? Nein. Das soll es auch mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet es einigermaßen genauso amüsant wie ich. Auch wenn ich euch nicht den detaillierten Vorgang und eine detaillierte Auskunft über diesen Unfall euch gegeben habe, da das doch schon ein wenig peinlich ist. Und ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr dieses Video angeschaut habt, natürlich auch einen Daumen nach oben dagelassen habt und in die Kommentare reingeschrieben habt, ob ihr es amüsant fandet und ob euch schon mal sowas passiert ist. Ein unangenehmer Unfall. Sagen wir es mal so. Natürlich nerv ich euch noch damit, dass ihr diesen Kanal hier abonnieren sollt. Wer es noch nicht getan hat, wenn euch natürlich diese Videos gefallen. Das motiviert mich sehr hart und gibt mir wirklich noch mehr Freude daran, Videos zu machen, zu produzieren, zu schneiden und hochzuladen und mit der Welt zu teilen. Denn ihr seid meine Welt. Okay, lassen wir das mit dem Süßen. Ist nicht so mein Fall. Und schaut noch bei meinen anderen Social Media Kanälen vorbei und folgt mir da natürlich. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein und bis bald. Ciao.